Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Tag hier aus meiner Bastelwerkstatt. Mein Name ist Mandy und ich freue mich, dass du wieder vorbeischaust oder meinen Kanal gefunden hast. Hier nach einer kleinen Urlaubspause bin ich mit einem neuen Projekt zurück. Das ist eine kleine Verpackung, die auch relativ schnell zu werkeln ist. Ich drehe sie mal hier auf die Seite. Dann seht ihr nämlich die kleine Trapezform, die ich da mit reingesetzt habe. Und ich habe natürlich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Einfach mal hier für euch ein paar verschiedene Designs und drei verschiedene Größen auch. Denn die ist relativ einfach wandelbar. Also in der Größe könnt ihr die dann einfach so anpassen, dass es für euer Geschenk, was ihr verschenken möchtet, dann auch passend macht eigentlich. Und ja, ich erkläre euch im Video, wie ihr das einfach wandeln könnt. Ich schreibe euch aber auch die Maße für die anderen zwei Boxen, die ich jetzt nicht mache, mit rein. Also in die Infobox ganz unten drin. Im Video mache ich jetzt einfach mal die mittlere Größe, damit ihr seht, wie es funktioniert. Weil hier passt auch schon einiges rein. Und ja, wer wissen möchte, was ich bei den jeweiligen Boxen hier im Video verwendet habe, der spult einfach mal ans Ende vom Video. Das hänge ich einfach mit hinten dran und erkläre euch kurz, was ich da benutzt habe. Und ansonsten legen wir jetzt einfach gleich los mit dem Projekt. Und ich kann euch verraten, wir brauchen nicht viel. Es ist aus ganz wenig Material machbar. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal kurz. Hier seht ihr jetzt das Wenige an Papier, was ich für die Verpackung benötige, für die mittlere Größe jetzt auch. Ich habe mich für den Farbkarton in Aventurin entschieden. Das ist so ein ganz toller Grünton. Und für die Verpackung, also für das Innenleben hier, brauche ich einen Cardstock in der Größe 12 x 14 cm. Wie gesagt, das ist jetzt die mittlere Größe von diesen kleinen Boxen. Und hier habe ich einfach noch ein Reststück für ein Etikett oder Deko. Bei meinen Beispielen habe ich ja jetzt immer ein Designerpapier verwendet. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mein Designerpapier jetzt einfach selber. Und habe mir dafür einfach einen weißen Streifen von einem DIN A4 Blatt runtergeschnitten. Der hat jetzt die Breite von 6,1 cm und halt volle Länge DIN A4. Dann habe ich hier noch so ein Reststück auch für Deko oder Etikett. Wenn ihr ein Designerpapier verwenden möchtet, braucht es ihr für die mittlere Größe einfach zwei Streifen in 6,1 Breite x 13 cm. Genau. Ich will das erstmal bestempeln und schneide mir dann nachher meine 13 cm Stücke ab. Deswegen seht ihr jetzt hier mal kein Designerpapier. Wir müssen das erst gestalten. Und gestalten möchte ich das heute mal mit nur einem Set. Und zwar einem ganz, ganz tollen Set. Weil das hat nämlich zum einen wunderschöne Sprüche mit drin. Ihr könnt das hier ja erkennen. Und es hat ein paar hübsche Blumen und Blätterstempel mit dabei, wo man jetzt ein Designerpapier wirklich einfach ganz schnell selber zaubern kann. Und ich zeige euch das nachher. Ich habe mir natürlich schon mal ein Probemuster erstellt, aber das zeige ich euch erst am Ende des Videos. Zu dem Stempelset gibt es passend auch noch eine Handstanze, die allerliebsten Anhänger. Man kann theoretisch alles einzeln erwerben oder aber auch als Produktbundle, Produktpaket mit einem Rabatt von 10%. Da hat man dann beides. Und ja, die Anhänger sind ganz cool, weil ihr habt zwar unterschiedliche Formen und unterschiedliche Breiten für eure Streifen, die ihr da einlegen könnt. Angefangen bei 1,3 cm, 1,9 cm ist das Mittelmaß und 2,5 cm habt ihr hier dann da außen. Da liegt auch eine Anleitung bei, wo die Maße nochmal drinstehen. Und ja, macht theoretisch aber auch nichts, wenn ihr so ein Zwischenmaß wählt von, was weiß ich, 2,2 cm, dann bewegt ihr euch halt einfach zwischen diesen gestrichelten Linien, die ihr da seht. Und jetzt, dass euch einfach, wo das Etikett euch die Breite angezeigt wird, wie das dann halt aussehen kann. Und, äh, aber auch in Zwischenmaß ist machbar. Dann fehlt halt zum Beispiel einfach hier diese, diese Rundung, die da weg geht bei dem Etikett. Das könnt ihr einfach mal probieren. Man kriegt da alle Maße zwischen 2,5 cm reingefädelt. Ich orientiere mich dann zum Beispiel immer auf der Rückseite. Aber das zeige ich euch nachher auch beim Etikett, was wir für die Verpackung jetzt gestalten. Ich schneide mir, wie gesagt, einfach immer Streifen runter. Hauptsache, man bleibt halt in der Breite von 2,5 cm. Genau. Das ist im Prinzip das, was wir brauchen. Und, ähm, an Stempelfarben, weil ich möchte, wie gesagt, das Designerpapier selber stempeln, nehme ich einfach ein paar verschiedene Grüntöne her. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was hergelegt. Ähm, einmal natürlich Aventurin, Tannengrün, grüner Apfel, Olivgrün und ein Lindgrün. Das, denke ich, werde ich jetzt einfach im Video benutzen. Und ihr könnt das genauso gut aber auch bunt machen oder einfach in euren Lieblingsfarben, was ihr daheim habt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Als erstes fange ich jetzt an und stempel mir mein Designerpapier, das dann meine Box umschließt. Und ich habe mir hier jetzt schon ein paar der Stempel, der Blütenstempel schon mal auf Stempelblöcke gelegt. Schmielpapier drunter und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Farbe an. Da habe ich jetzt Aventurin. Und stempel da jetzt einfach mal drauf los. Die Farben habe ich euch ja vorhin schon genannt. Und ich denke, ich lasse das jetzt einfach mal eben schnell durch Lauf für euch mit Filmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ihr Lieben, ich glaube, das ist ganz hübsch geworden. Einfach mal alles in grün gehalten, verschiedene Grüntöne, die aber trotzdem, finde ich, schön miteinander harmonieren. Dann räume ich das mal auf und reinige kurz meine Stempel. Manchmal mache ich das auch hier direkt in so einer, in dem Reinigungsprofi. Da ist jetzt nur Wasser, also der ist nur feucht, den habe ich halt in so einer Tupper drin, dass er feucht bleibt. Und ab und zu wasche ich den halt aus. Das ist ganz praktisch. Das Stempelkissen oder meine Schruberkiste, die ist dadurch dann nicht gleich einmal ganz so verschmutzt. Ich reinige jetzt hier praktisch den groben, die Stempelfarbe grob ab und gehe nachher nochmal in meine Schruberkiste rein. Und ja, reinige dann nochmal gescheit mit Stempelreiniger Flüssigkeit letztendlich. Das ist jetzt praktisch mein Designerpapier, wenn ihr euch für was anderes entscheidet. Wie gesagt, eine Breite von 6,1 Zentimetern braucht ihr und eine Länge von 13 Zentimetern. Und da schneide ich mir jetzt gleich mal meine Streifen zurecht, kürze die auf 13 Zentimeter. Vielleicht nehme ich doch eher von hier unten das. Ich glaube, die untere Seite gefällt mir ein bisschen besser. 13 Zentimeter einmal und einen zweiten Streifen mit 13 Zentimetern. Bleibt da praktisch hier so eine kleine Ecke übrig. Vielleicht kann man die auch noch für das Etikett oder für eine andere Verzierung hernehmen. Also 6,1 x 13 Zentimeter. Das wären praktisch die Seitenwände. Halt, ich brauche es doch noch gar nicht wegpacken. Jetzt nehmt ihr euch das Stück Papier oder den Cardstock mit 12 x 14 Zentimetern. Jetzt braucht ihr ein Falztool. Ich nehme gleich hier wieder mein Schneidebrett. Da ist ja die Falzlinie mit dabei. Und lege jetzt erst die lange Seite oben an und ziehe eine Falzlinie bei 4 Zentimeter. Dann drehe ich das Ganze nochmal auf die lange Seite und falze auf der anderen Seite jetzt auch bei 4 Zentimeter. So, jetzt drehen wir uns das Ganze auf die kurze Seite. Legen auch bei 4 Zentimeter an, aber ziehen nur eine Falzlinie zwischen diesen beiden Falzlinien, die wir gerade eben bei 4 Zentimeter rechts und links gezogen haben. Also ich gehe jetzt hier mit meiner Falzklinge, die hat auch praktischerweise hier so Einkerbungen. Das seht ihr, wenn ihr über der Falzlinie seid. Also ich meine die Einkerbungen und die setze ich jetzt hier praktisch über meine Falzlinien, die ich gerade gezogen habe. Und innerhalb dieser beiden Falzlinien ziehe ich jetzt nochmal bei 4 Zentimeter wieder entlang. So, und das mache ich auch auf der anderen Seite. Das heißt, ich drehe es mir jetzt einmal rum. Und jetzt falze ich auch hier wieder zwischen den beiden Falzlinien. Sieht das am Ende so aus. Das waren die ersten Linien, die wir gezogen haben, oder die ich gezogen habe. Bei 4 Zentimeter einmal komplett übers Papier drüber. Und die zweiten Falzlinien auch bei 4 Zentimeter, aber halt einfach innerhalb dieser Linien. Dann kann man das Ganze schon wieder wegpacken. Das war es schon vom Falzen her. Jetzt nehme ich mir ein Denial und einen Fleischtift. Ich habe hier die 12 Zentimeter Seite. Lege mein Denial an und markiere einmal bei, mache meine Markierung einmal bei 3 Zentimeter und einmal bei 9 Zentimeter. Ich will ja praktisch so eine schräge Form erzeugen. Das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Auch bei 3 Zentimeter eine kleine Markierung setzen und bei 9 Zentimeter. Ich will gleich mal ein bisschen näher ran. So. Da habe ich hier eine Markierung. Und hier habe ich eine Markierung. Genau wie hier unten. Und hier. Jetzt nehme ich mein Denial und verbinde diesen Punkt, wo sich die Falzlinien treffen, mit diesem Punkt, dass ich praktisch so eine Schräge habe. Auch den dann mit diesem Punkt. Und auf der anderen Seite praktisch genau das Gleiche. Kamera. Oh je. Den Punkt mit diesem. Dadurch entsteht nämlich jetzt dann gleich eine Schräge. Das werdet ihr dann sehen. So. Ganz zarte Linie ziehe ich da. Dadurch, seht ihr, habt ihr jetzt so ein Drapez geschaffen. Und wir schneiden aus. Schneide jetzt einfach entlang meiner Bleistiftlinien bis zur Falzlinie hin. So. Und schon habe ich eine schräge Wand. Jetzt können wir das Ganze mal die Falzlinien ein bisschen nachziehen. Jetzt können Sie das sehen. Das hier sind Klebelaschen. Damit wir uns ja da nicht so groß in die Quere kommen. Oder da irgendwie unschöne Seiten haben. Kürze ich die Klebelaschen jetzt noch ein. Ich mache es jetzt nach Augenmaß. Ich mache da jetzt, was weiß ich, ich schätze mal, dass so ein Zentimeter überstehen bleibt. Ich schneide das hier einfach ab. Einfach mit einer großen Schere, da kriegt sie auch schöne gerade Linien hin. Einfach so auf circa einen Zentimeter runterkürzen. So. Und dann schräge ich mir die Klebelasche auch noch an der Außenseite ab. So müsste das jetzt bei euch aussehen, wenn ihr das fertig zugeschnitten habt. Wir haben ja auf der einen Seite unsere abgeschrägte Seite, unsere Trapezseite. Und es wird dann praktisch über die Klebelaschen, da die bündig angesetzt werden, da so zusammengeklebt und schon erhaltet ihr praktisch diese Trapezform. Wie man das jetzt vergrößern oder verkleinern kann, könntest du das als Anhalt zum Beispiel nehmen. Und ich mache es immer so, wenn ich mir was überlege zu einer Box oder so, ich zeichne mir das immer auf. Bei der Box hatte ich angefangen mit geraden Wänden und da habe ich gedacht, gerade wenn ich glaube, sowas gibt es wahrscheinlich schon. Darum sind halt praktisch die Stregenwände dann auch entstanden. Und ja, das einfach ausprobieren und dann aufzeichnen und dann klappt das eigentlich immer ganz gut. Und wenn ihr das jetzt hier vergrößern und verkleinern wollt, ich fange da beim Boden an, wenn ich weiß, wie groß der sein soll. Zum Beispiel will ich den jetzt ein bisschen kleiner haben. Der soll jetzt nur fünf Zentimeter breit sein und drei Zentimeter tief. Dann habe ich praktisch hier schon mal die Maße von fünf Zentimetern und drei Zentimetern. Meine Seitenwand wird dann halt auch ein bisschen kleiner, dass das proportional ist und schön aussieht. Deswegen ist die dann halt auch drei Zentimeter hoch. Und wenn eine Seite drei Zentimeter hoch ist, sind natürlich die anderen Seiten auch drei Zentimeter hoch. Also malen kann ich nicht gut, deswegen schaut das jetzt ganz lustig so aus. Aber ich will euch das ja auch bloß erklären. So. Das ist jetzt eigentlich eine ganz einfache Box und wenn ihr euch das einmal so aufmalt, dann wisst ihr, wie ihr da jetzt die Maße machen müsst. Jetzt haben wir praktisch hier ein Seitenteil mit drei Zentimeter Höhe, dann kommt die fünf Zentimeter, dann nochmal drei Zentimeter, dann haben wir praktisch hier in der Länge elf Zentimeter oder in der Breite, wie auch immer. Und dann haben wir hier und hier haben wir drei drei, also drei Seitenteile, drei Boden und nochmal drei Seitenteile, dann haben wir dann praktisch neun. Dann wisst ihr, ihr braucht jetzt ein Stück Papier mit neun mal elf Zentimetern. und das würde dann jetzt gefalzt werden bei drei Zentimeter, drei Zentimeter und dann die inneren einfach dazwischen hier auch bei drei Zentimeter. Also hier drei, hier drei und das bei drei und das bei drei. Und dann entsteht zum Beispiel diese Box, diese Größe. das war jetzt praktisch mit einer Höhe von drei Zentimetern. Der Boden hat drei Zentimeter und das hier hat fünf Zentimeter. Das ist praktisch das kleine Massenvergrößern. Geht dann genauso, statt den, ähm, hier habe ich jetzt dann, glaube ich, Moment, das muss ich da nochmal dran halten. Acht Zentimeter habe ich jetzt hier genommen. Acht? Echt? Okay. Also dann würde praktisch hier acht Zentimeter entstehen. Dann habe ich hier auch ein höheres Maß genommen, weil proportional einfach das ein bisschen größer, das wäre dann hier bei fünf und hier dann nochmal bei fünf. Spreche fünf und schreibe drei. Somit haben wir dann jetzt hier eine lange Seite mit acht Zentimetern. Dann wissen wir, die Seitenteile haben jeweils fünf. Dann haben wir dann praktisch ein Maß von 18 in der Breite. Gefalzt dann immer bei fünf Zentimetern und wir haben hier praktisch dann die fünf. Dann haben wir hier, habe ich gerade gemessen, das sind, da ist der Boden dann sechs und da haben wir dann nochmal fünf. Fünf plus sechs plus fünf und wir haben 16 Zentimeter. Also hier brauchst du dann ein Papier mit 18 x 16 Zentimetern Größe und bei fünf Zentimeter analog gefalzt wie so mittleren Box, wie ich es euch gezeigt habe. Dann habt ihr dann halt schon so ein, ja, da passt schon ein bisschen was neid. Für Weihnachten habe ich das halt auch so gestaltet und da kann man dann schon mal so eine schöne mit Keksen oder Plätzchen gefüllte Zillophan-Tüte so reinpacken. Dann bekommst du dann halt auch mal so eine schöne große Verpackung schon raus, wo gerade jetzt, die habe ich auch so weihnachtlich gestaltet, wo auch einfach mal dann auch eine schöne Tüte mit leckeren Weihnachtsplätzchen drin Platz hat. Und ja, natürlich sind da jetzt auch nach oben hin schon noch größere Verpackungen möglich. Da schaut ihr halt einfach, was ihr verschenken möchtet. Gut. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Und jetzt können wir eigentlich anfangen und unsere kleine Verpackung noch fertig gestalten. die Seiten können sie jetzt entweder mit Tombo zusammensetzen oder ihr nehmt ein Klebeband eurer Wahl. Was nehme ich denn heute? Ich glaube, ich nehme wo ist denn eigentlich mein rotes? Ich glaube, ich nehme mir so ein rotes Klebeband. Das hält immer ganz gut. Ihr könnt Abreißklebeband nehmen. Ihr könnt Tombo nehmen. was euch da am liebsten ist. Ich bringe jetzt einfach hier auf die Klebelaschen das Klebeband auf. Analog wie beim Abreißklebeband löse ich jetzt hier die Schutzfolie Ich lese sie gleich auf allen vier Seiten und jetzt gehe ich daher und setze meine Seitenteile hier mit der Schräge auch schön bündig an die Falzlinie hier an. Weil so Klebeband müsst ihr halt einfach drauf achten es klebt halt gleich fest. Das ist die andere Seite genauso. Alles schön bündig. Als nächstes bringen wir das Designerpapier an oder euer selbst gestaltetes Designerpapier. Das wird einfach hier vorne drauf gesetzt. Bevor ich das aber mache in meinem Falle dadurch dass ich dadurch dass ich Cardstock benutze und der ja ähm natürlich ein bisschen formstabiler ist als so ein Designerpapier bringe ich mir das ein wenig in Form oder mache es so ein bisschen geschmeidiger biege das so dass das jetzt praktisch so nach innen biegen damit das nachher damit ich das nachher hier auch so besser zusammen kriege und diese ja diese schöne Kuppelform da erreiche ist das eine Kuppel keine Ahnung so wird es halt auch ein bisschen geschmeidiger könnt es auch mal in die andere Richtung noch biegen dass das nicht mehr so steif gerade ist jetzt nehme ich wieder Tombo und mache ich mir hier einfach vorne auf die Fläche wenn er mag was auf das andere das zweite Teil finde ich auf der Rückseite an so jetzt sieht das doch schon nach was aus was mir gerade aufgefallen ist was ich vergessen habe ist die Ecken abzurunden das sollte man natürlich machen bevor man es anklebt ich mag die lieber ein bisschen runter und das geht jetzt nichts ausmachen wenn es jetzt so bleibt das wäre jetzt nicht so schlimm aber ich mag es jetzt doch lieber abgerundet und es geht auch noch man kann das hier trotzdem einfädeln in den Ecken ab runter wenn ihr habt oder wenn ihr den kleinen handlichen habt den gab es ja mal von Stampin Up ich finde das sieht sieht noch mal eine Ecke eleganter aus im Idealfall macht man es halt einfach vorher jetzt fehlt unsere Verpackung eigentlich nur noch ein schöner Spruch vielleicht ein bisschen Deko und ich fange mal mit dem Etikett an und zwar habe ich mir da schon von den Reststücken wo ich euch vorhin gezeigt habe so zwei Streifen zugeschnitten der eine hat jetzt 1,9 cm in der Breite also genau passend für das mittlere Maß von der Handstanze und der zweite Streifen den möchte ich dann so drunter legen nachdem ich ihn gestanzt habe den habe ich jetzt allerdings nur 2,3 cm breit geschnitten das heißt er ist ein bisschen kleiner wie mein wie mein letztes Etikettenmaß hier außen vielleicht war es auch 2,2 also er ist ein bisschen kleiner auf alle Fälle aber halt auch ein Stückchen größer so dass man es schön hinterlegen kann einfach und der muss bloß gestanzt werden hier setze ich mir jetzt noch einen Stempel drauf das schneide ich mir aber mal noch ein bisschen zurecht ich mache es erstmal so breit hier wie meine Verpackung ungefähr so und dann kann ich jetzt hier in die Mitte noch meinen Spruch aufstempeln ich habe mich schon für meinen Spruch entschieden und zwar möchte ich gerne das von mir für dich aus dem Stempelset benutzen und ich nehme ein Stempelkissen in Schiefergrau ich glaube das passt dann ganz gut zur grünen Verpackung färbt mir das ein und versuche den jetzt hoffentlich hier relativ gerade drauf zu setzen perfekt geworden und jetzt stanz mal praktisch jetzt noch so ein bisschen die Ecken in Form wenn ich stanze drehe ich mir die Randstanze eigentlich immer rum also normalerweise könnt ihr hier einfädeln durchschieben aber gerade ich finde gerade bei so kleinen Teilen jetzt hier kann man da bloß noch ein bisschen halten neigt es vielleicht auch mal dazu hier so schief zu rutschen und wenn ich mir das rumdrehe sehe ich einfach wie ich stanze und kann da jetzt auch hier wo ist das hin und kann da jetzt auch hier das so ein bisschen noch variieren wie weit ich vom Ende hier weg bin und wie viel ich praktisch noch wegstanzen möchte hier auf der einen Seite brauche ich jetzt gar nicht mal so viel dann stanzen wir mal und stanzen einmal dann habe ich jetzt hier eine schöne Form und das mache ich jetzt auf der anderen Seite genauso da kann ihr jetzt ein bisschen Anstoße heranführen weil einfach ein bisschen mehr Platz war so jetzt gucken wir mal genau das passt jetzt schon ganz gut jetzt stanzen wir hier noch aus jetzt ist es denke ich perfekt gefällt mir so ganz gut dann kleben wir das jetzt noch fest so das nehmt euch noch mal ein Reststück wenn ihr möchtet jetzt nehme ich noch so ein hübsches Blümchen drin das ziehe ich mir mal noch auf dem Stempelblock und stempel das ja in welcher Farbe das ist jetzt die Frage Aventurin ich nehme jetzt Aventurin stempel mir mal mein Blümchen auf kräftig da ist eine Fussel dran da ist eine Fussel dran Farbnuancen im Prinzip und die schneide ich mir jetzt hier noch mit der Schere ein bisschen aus so jetzt habe ich mir noch drei Blümchen ausgeschnitten und jetzt können wir das einfach hier noch auf unserer Verpackung befestigen und so als kleine Akzente setze ich mir jetzt noch die Blümchen drauf ich biege mir mal die Blätter so ein bisschen vorsichtig nach oben und werde die jetzt hier einfach mal so drauf setzen und das Blümchen bietet sich fast an das Innere dass man da noch einen Glitzerstein in die Mitte setzt und das mache ich doch jetzt mal glatt hier so ein bisschen den Stein das soll jetzt auch schon an Deko reichen weil wir haben ja echt einen schönen Hintergrund und der muss jetzt nicht verdeckt werden und ja jetzt geht es im Prinzip darum dass ihr euch überlegen müsst wie möchtet ihr es verschließen wollt ihr eine schnelle Variante wollt ihr eine ein bisschen nein keine Ahnung schicker ist das jetzt auch nicht also die schnelle Variante ist einfach ihr nehmt so eine Klammer hier Foldback Klammer heißt das ich weiß nicht ob es nur einen anderen Begriff dafür gibt die werden einfach aufgespreizt und dann kann man das so drüber stülpen drüber klemmen und eure Verpackung wäre jetzt fertig man könnte theoretisch hier noch ein paar Bänder mit unten einklemmen und ja das wird die schnelle Variante noch eine schnelle Variante ist das ganze mit einem Bread zu verschließen wenn man jetzt was farblich passendes hat also hier so eine Spreizklammer ist jetzt auch sehr hübsch das ist keine von Stampin' Up die wenn ihr was seht und es mir gefällt im Bastelladen dann kaufe ich das die andere Variante wäre halt einfach das ganze mit einem Schleifenband und ein paar Löschern die man da rein stand zu verschließen und nachdem ich das schon lange nicht mehr verwendet habe und es mir wieder in den Sinn gekommen ist möchte ich das ganze jetzt mit dem tollen Tüllband von Stampin' Up verschließen weil ich glaube das passt hervorragend dazu ähm dafür braucht es natürlich irgendein Lochgerät ich nehme meine ähm Cropidile wenn ich sie finde so da ist sie das gute Stück ähm ich halte jetzt hier einfach beide schön bündig übereinander und äh hier gibt es so einen Schieber damit kann ich jetzt einstellen wie weit rein mein Loch geht und somit ist das andere dann auch auf der gleichen Höhe also ich stand jetzt einfach mal hier ein Loch und das nächste auf der anderen Seite und wie gesagt durch den Schieber sind dann beide auf gleicher Höhe man könnte sich da jetzt auch was anzeichnen aber ich glaube mein Augenmaß funktioniert noch ganz gut und jetzt schneide ich mir da was vom Band runter ich liebe dieses Tölband das sieht einfach so edel aus das fädle ich jetzt einmal hier durch ich schräge es mir ein bisschen ab da tue ich mir ein bisschen leichter das hier durchzufädeln so dann machen wir jetzt noch ein schönes Schleifchen hin so mein Schleifchen ist jetzt fertig trappiert und damit ist auch die Box fertig und ich finde sie ist echt wunderschön geworden mit dem Grün und dem selbstgestalteten Designerpapier finde ich einfach super ich hoffe euch gefällt sie natürlich auch und ja zum Ende meines Videos wollte ich euch ja noch die anderen Boxen nochmal zeigen und kurz sagen was ich da verwendet habe ich fange mal mit der kleinsten Box hier an das waren jetzt 5 cm Breite hier und 3 cm Höhe ist das da habe ich mit der Pfingstrosen mit der Reihe Pfingstrosen Pfingstrosen Poesie Pfingstrosenpracht ich schreibe es euch wie immer unten reingearbeitet das ist das Designerpapier passend dazu hier habe ich eine kleine Pfingstrosen aufgestempelt und dann ausgestanzt und noch einen kleinen Kroos mit dran geheftet bei der mittleren Box habe ich das Designerpapier die Incolors 2020, 2022 verwendet sind praktisch alle Incolors mit dem Designpapier verarbeitet verarbeitet Punkte, Schrift so was und da habe ich diese Box und das ist das Magendarot 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 Magendarot, genau und die Stanze ist diese Etikettenstanze da ich nicht auf den Namen jetzt komme welches Etikett das ist ob das jetzt das Entzückende ist oder ein anderes schreibe ich euch wie immer unten rein und die größte Box die habe ich so ein bisschen weihnachtlicher gestaltet da habe ich auch ein ganz tolles Designerpapier verwendet was ihr jetzt im Herbst-Winter-Katalog findet und zwar ist das im schönsten Glanz im schönsten Glanz und da sind Papiere drin mit Folieneffekt und das ist einfach wunderschön hier auch da ganz ganz toll und die Schleife die ist auch ganz neu die gibt es mit einem zum Beispiel mit einem Stempelset in Kombination Handstanze, Stempelset das habe ich hier verwendet und da ist auch mit dieses das kleine Anhänger mit dabei den habe ich hier oben angebracht sehr gut genau das wollte ich euch ja noch zeigen und meinen Prototyp will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten der Prototyp für mein Videoprojekt praktisch mit einem selbst gestempelten Designerpapier hier einfach mal in ein wenig bunt dann hoffe ich hat euch mein Video gefallen wenn ja lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal und oder abonniert meinen Kanal damit ihr kein Video mehr verpasst ich freue mich auch über jeden Kommentar unter dem Video oder über eine Nachricht die ihr mir natürlich auch per E-Mail zusenden lassen könnt wenn ihr Fragen zu den Produkten habt die ich verwendet habe wie immer schreibt mir gerne und ansonsten wünsche ich euch jetzt alles Liebe und sage tschüss bis zum nächsten Mal tschüss tschüss